so herzlich willkommen zu einem neuen video heute geht es weiter mit der rs4 zylinder kopfreihe bei ng motorsports hallo renke ist auch wieder am start und hat schon ein bisschen was vorbereitet und zwar haben wir im letzten video angekündigt wir wollen tatsächlich werden sich einige brutal darauf freuen ich mich auch mal alle köpfe so durch messen die es für ein v6 so gibt ja das heißt wir fangen an bei dem smallport s4 kopf die kleinen s4 motoren haben diese kleinen kanäle dann geht es weiter mit einem rs4 kopf dann geht es weiter mit einem serien sauger kopf der ist von der kanalstruktur ein bisschen anders hat aber die gleiche fläche ungefähr wie der rs4 kopf und dann ganz zum schluss messen wir die neuen limo köpfe durch ja so wie sie bei mir aus dem auto kommen dann wissen wir mal komplett wo wir stehen genau so dann ist das coole das hat ja bei marius jetzt am golf auch ganz gut geklappt können wir mal bestimmen welcher hub überhaupt sinn macht ob es hier auch eine grenze nach oben hin gibt wo mehr ventilhub gar nicht mehr mehr performt und können so passend so ein bisschen die abnummern auswählen genau soja flowbench brauchen wir eigentlich nicht wieder zu erklären derjenige der es noch nicht gesehen hat bei uns auf dem channel muss ich einfach alte videos angucken weil ich glaube wir haben es mittlerweile dreimal erklärt faktisch saugt das ding einfach jetzt hier nur die luft durch den einlass kanal und bestimmt vorsichtig formuliert den widerstand ja so ein differenzdruckverfahren so jetzt hat renke so ein cooles tool hier gebaut was unsere einlass nockenwelle ersetzt sag ich jetzt mal gleichzeitig messuhren hat um den imaginären ventilhub einzustellen ja aber es ist einfach so gemacht wir können jetzt über die drei uhren bei jedem ventil den den hub einstellen und wir hätten uns jetzt glaube ich geeinigt wir stellen einen millimeter schritten zu und dann können wir das zusammen protokollieren und können dann die köpfe nachher vergleichen und ich sehe den den tastenstösel habt ihr auch schnell selber gebaut hier ja wir haben der einfachkeit halber einfach ein und aus alu drehen muss hier so seitlich rein filmen wenn du das alu ding da so siehst sehr gut ja so ok folgende bereiche interessieren uns wir wollen uns jetzt nicht im millimeter bereich durch den ganzen kopf arbeiten weil das ich denke mal da wird man auch nicht so viel sehen uns interessiert der bereich wenn das ventil anfängt aufzumachen das heißt ein zwei vielleicht noch drei millimeter hoch einfach weil wir glauben dass man da die größten unterschiede zwischen den köpfen sieht auch wenn es später für den betrieb vielleicht gar nicht so entscheidend ist und dann auf jeden fall 7 8 9 millimeter hoch weil wir mal gucken was nach oben raus noch an luft da ist oder wo wie beim vr auch einfach der umkehrpunkt ist weil die motoren fahren serienmäßig weiß ich nämlich s4 hat die schwächsten wellen rs4 hat wellen mit 8,3 millimeter und die stärksten sind die wellen vom 2 8 vom sauger die haben 8,7 millimeter hoch das heißt wenn wir 7 8 9 millimeter messen sind wir da glaube ich ganz gut am starten so ich mach mal den protokoll für euch sagen willst du wieder schreiben ja dann fangen wir jetzt mit dem smallport an so 1 was muss am messen 1 2 3 lass mal ein bisschen frei man weiß ja nie 7 8 9 millimeter so hier haben wir gleich theoretisch machen wir mal hier den s4 kopf ok das wäre noch einmal aufschreiben wir sind jetzt bei serienventilgröße das heißt 26 9 29 26,9 zu 29,9 so hier haben wir 31,6 habe ich da so ungefähr gesehen jetzt machen wir aber 2 mm jetzt machen wir aber 2 mm gut das doppelte ja ich sag heute mit absicht ganz wenig ganz wenig dass ich hier keine ablenke jetzt geht es ruck zuck da weiß man wieder nicht mehr was man noch gestellt hat und was nicht 101,4 das war jetzt ziemlich linear würde ich mal sagen 31 66 101 das ist ja ungefähr so dass die linie aufgeht ja dann würde ich sagen machen wir 7 8 9 dann machen wir jetzt 7 mm dann machen wir jetzt 7 mm 166 8 mm Blende kann bleiben hier ist jetzt auf jeden fall schon mal interessant 7 mm 166 cfm 8 mm nur 172 cfm das heißt da sieht man da geht es nicht mehr linear weiter sondern wird jetzt immer weniger das heißt vermutlich mit 9 wird es jetzt kaum noch mehr werden irgendwann ist dann halt auch vorbei die Blende kann wieder bleiben dann machen wir jetzt nochmal die 9 mm bisschen was kommt natürlich noch aber man merkt schon das heißt mit dem ganzen Millimeter Ventilhub haben wir jetzt gerade mal 3 cfm mehr hinbekommen das heißt da hat schon Grund warum in der Serie gerade mal so 8 mm hup gefahren werden weil mehr geht einfach nicht durch ok so jetzt machen wir nochmal einmal spaßeshalber 0,5 bevor wir den anderen Kopf draufstecken das sieht auf der Uhr halt immer noch nicht viel aus oder ist gar nichts aber es ist immerhin tatsächlich so dass das wirklich komplett linear ist ne ja wir hätten jetzt gerade bei 0,5 mm hup hatten wir 16 genau die Hälfte von 1 mm also da geht es schon Gucken wir gleich mal was die anderen Köpfe sagen Ja bei dem Kopf auch weil wir haben in dem letzten Video gesagt dass unter 1 mm kaum was strömt so ungefähr das ist in dem Fall auf jeden Fall schon mal nicht ganz richtig ne ok das war unser Sauerkopf jetzt müssen wir das ganze einfach umbauen auf den RS4 Kopf und erst dann fängt es an richtig spannend zu werden weil dann sehen wir mal was da passiert und weiter geht es mit dem RS4 Kopf hier seht ihr jetzt der Kanal ist gleich viel 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 größer man könnte auch schon fast sagen viel größer geht es auch nicht weil so viel Fleisch ist hier nicht aber es ist weiterhin dieser Tumble Kanal den wir scheinbar auch gar nicht so falsch erklärt haben im letzten Video zumindest waren relativ wenig Kommentare die es besser wussten ja ich habe es auch einmal durchgestockt es ist immer noch diese Rundung in dem Kopf dass es halt so in den Kopf reingeht und dann relativ flach auf die Ventile strömt so wie ist deine Prognose weil wir haben es tatsächlich noch nicht durchgemessen ich könnte mir vorstellen 1,2,3 mm müsste ja theoretisch fast sogar schlechter sein ja oder meinst du selbst da ist halt einfach schon größerer Kanalsturm noch besser ich glaube da ist auch schon einfach größerer Kanal da wird auch schon mehr passieren und dann aber bei 7,8,9 mm muss halt auf jeden Fall eigentlich da mehr stehen da oben raus wird da auf jeden Fall richtig was passieren ok willst du trotzdem mit den 0,5 mm jetzt noch einmal willst du die nochmal haben ja bei dem machen wir es ruhig nochmal wenn wir das hier auch bei dem wieder linear haben dann Ventilgröße logischerweise gleich wie beim S4 ja wieder 6,9,9 gleiche Ventilgröße so ja dann geht es los mit 0,5 mm so 11,0 das ist aber tatsächlich dass er schlechter strömt ja wir hatten vorher bei 0,5 mm 16 jetzt haben wir 11 was ja immerhin schon gute 30% so sind also das ist schon ein Unterschied jetzt machen wir schon 5 Jahre lang ne Minimum ich würde sagen 8 Jahre lang Köpfe oder so ich weiß noch wie oft ich mit Tim darüber gesprochen habe dass wir unbedingt diese S4-Kopfe uns auch mal durchmessen wollen ja wir haben es irgendwie nie hinbekommen so jetzt brauchen wir schon Blende 2 neben 1 mm hatten wir Blende 1 sonst du hast recht du hast recht Leakage hast du wieder eingestellt ja ok dann ja 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 da kommen wir den ganzen schon näher ja 31 zu 28 das heißt jetzt bei 2 mm wird es wahrscheinlich dann ausgeglichen sein kann natürlich sein dass das aber auch genau der Effekt sein soll dass bei dem ganz bisschen Öffnung es schon richtig in den Brennraum rein strömt um da halt diesen Tumble hin zu kriegen ja das ist nicht so schlagartig sondern so 2 mm ja 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 62,0 zu 66 wir sind noch minimal runter da sind wir jetzt tatsächlich haben wir die 3 mm eingeholt zu 101 ja das heißt theoretisch müsste jetzt gleich mit 7 mm so langsam die Post abgehen das heißt wir sind gerade mal wir sind immer ein bisschen drüber aber noch nicht so viel besser ja so jetzt mal gucken ob jetzt allerdings mehr noch was bringt so ich persönlich hätte gedacht dass der erste Kopf auf jeden Fall schon mehr kann ja mehr strömt ich auch ja guck mal mal 1 mm Ablärmung guck mal 1 mm Ablärmung ja aber dann wird jetzt ja die Welt nicht mehr kommen man kann relativ sicher sagen dass wir bei dem richtigen Hub gerade sind weil wenn es genau in dem Moment jetzt abflacht dann wird das auch schon genau der Hub sein ja ja neun Millimeter hier hat es ja Blende 4 auch drin eingestellt ne ja gut okay also wir wissen jetzt immerhin schon mal dass theoretisch also den einzigen großen Unterschied den wir eigentlich wirklich gesehen haben ist beim halben Millimeter ja ab da waren die Köpfe eigentlich ziemlich ziemlich gleich ziemlich identisch ne das heißt entweder ist es wirklich die Kanalform ja einfach die die verwirbung wieder entsteht der Form dass das maßgebend ist dann das coole ist wir können jetzt als nächstes den Sauerkopf nehmen der auch original ist da ist nichts an den sitzen nichts an der Kontur rein gar nichts gemacht gleiche Ventil Größe drin ja und konnte den nachher mal durch mit weiter geht's so jetzt ist der nächste Kopf hier drauf jetzt haben wir hier diesen typischen alle sagen immer Saugerkopf der kommt ursprünglich wirklich nur von dem 2,4er 2,8er Sauger und da seht ihr jetzt direkt ich meine sehen wir nicht weil du überbelichtest so sieht man das ein bisschen ne erzähl was sollst du sagen wie einfach der Kanal wirklich gerade einfach auf die Ventile gehen so ist zwar keine Schönheit hier so vom Guss ne ja also da geht auf jeden Fall was aber gleiche Ventile gleiche Ventilsitzdurchmesser ja wirklich nur an weil es ist identisch genau ok ich würde sagen hast du schon irgendwas eingestellt oder noch gar nicht ich habe nur einmal geguckt ob wir irgendwie leakage haben haben wir nicht also wir sind bei null wir können jetzt einmal so ist ja jetzt zu so das heißt ich würde sagen wir fangen bei 1mm an so haben wir so das waren 32 das heißt wir sind minimal besser also schon mal deutlich besser als RS4 und minimal besser als der S4 Kopf ja Alter ich muss nochmal sauer darüber schreiben wir hatten beim S4 Kopf hatten wir 31,6 RS4 waren 28,0 und hier hatten wir irgendwas so 32 in dem Bereich aber immerhin gibt es schon einige Adapter hier so ein paar Kupfer habt ihr schon durchgemessen hier ne ja Tim hat halt früher viel gemacht aber es wird halt bei uns Lambo V10 das kann ich mir gut sehen hier so 66 ist identisch mit S4 Kopf 66 S4 war leicht drunter ok jetzt Blende 3 und 3 Millimeter 101 auch identisch wie die beiden anderen ok putzig ok dann machen wir jetzt weiter Blende 4 und wieder 7,8 Millimeter da sehen wir jetzt nochmal einen deutlichen Unterschied war nicht 7 Millimeter ne ja da hatten wir vorher 166 167 S4 RS4 da hat der Saugerkopf jetzt 193 heftig das ist schon heftig 20 Prozent mehr ja geht schon was ne so 8 Millimeter ja ich hätte hier jetzt gerade abgelenkt aber es ist gut aus ne so das waren jetzt 200 das heißt wir konnten uns von 193 auf 200 steigern ähm ist ähnlich wenig passiert wie bei den anderen Köpfen ja aber trotzdem immerhin noch ein bisschen mehr gut ja wobei 7 CFM ist auch schon ein bisschen was ja aber man merkt jetzt langsam dass wir wieder auf den auf den Punkt zusteuern ja so jetzt bin ich mal gespannt jetzt machen wir 9 Millimeter weil der Kopf fährt wie gesagt in der Serie beim Sauger 8,7 Millimeter hoch so und das waren auch schon 207 ja ist schon doch immer was passiert jetzt will ich ehrlich gesagt eigentlich haben wir gesagt wir machen bei 9 Stopp aber ich glaube hier ist noch so viel passiert dass wir auf jeden Fall 10 auf jeden Fall machen sollten ne 9,5 zwischendurch reinnehmen ne mach direkt 10 ok 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 wir sind tatsächlich linear jetzt wirklich immer 7 CFM mehr geworden mit einem Millimeter mehr ne ja wir müssen 11 machen mehr als 11 brauchen wir eh nicht machen weil ich weiß 11 kriegen wir niemals nockenwellen technisch in den Kopf rein auf der Einlassseite das heißt egal wie wo oder was ja vielleicht finden wir jetzt auch mal den Umkehrpunkt da nochmal ne ja witzig wärmer am Kopf wenn es wirklich tatsächlich weniger wird ne aber das geht technisch gesehen eigentlich schon gar nicht ne wenn das Ventil ganz offen steht wenn der Querschnitt ganz offen ist ne ja so das war jetzt 2,18 also jetzt kommt der Punkt wo es langsam stagniert weniger wird ne ja ok cool so das heißt man kann definitiv sagen unten raus alle ziemlich identisch bisher das heißt man kann jetzt nicht unbedingt sagen dass irgendwie die es mit der Menge an Volumen im Brennraum zu tun hat ja die Kanalgröße beziehungsweise die Form wenn dann ist es halt nur eine Sache wie es jetzt in den Brennraum rein strömt eingeladen wird einströmt genau zum Verbrennen das können wir natürlich hier leider nicht simulieren simulieren gestalten und ähnliches aber man kann definitiv sagen bei hohen Ventilhüben ist es tatsächlich so der Kopf funktioniert am besten am besten funktioniert ne ja ok so jetzt kommt der spannende Moment jetzt wird als nächstes der gemachte Kopf von euch montiert so jetzt wird es ernst Renke sag nochmal einmal kurz was an dem Kopf jetzt hier alles gemacht wurde wir haben im Prinzip alles ja wirklich wir haben einmal alles gemacht also wir haben jetzt im Vergleich zu eben plus 1mm größere Ventile wir haben unsere CNC-Kanäle Ein- und Auslass wir haben strömungsoptimierte Führungen wir haben Sitze mit CNC-Kontur und wir haben eine Brennraum bearbeitet also wirklich alles was geht volles Programm man sieht jetzt auch das ist wirklich jetzt von den Wandstärken her überall Minimum da die Ventilführung sieht man wie die so verjungt ist wie das noch ein bisschen dünner wird da drin hoffe ich überbelicht hier wählen wiegt man das da so ja so ein bisschen so die eigentliche Golfball Oberfläche auf die ja alle mal so abfahren irgendwann werden wir auch nochmal das Golfball Spezial Video machen so ungefähr weil einfach wirklich unter jedem Video immer wieder die Leute fragen immer gefragt für uns ist das jetzt erstmal egal wir gucken jetzt einfach nur was dieser Kopf kann ja machen wir das heißt große Ventile plus 1mm größere Sitzringe damit der innen größer wird und Kanäle Maximum und Brennraum ja ok dann würde ich sagen fangen wir mal bei 1mm wieder an hat diese Knete die da die ganze Zeit drauf ist einen bestimmten Grund was macht die? die soll dich triggern die haben wir hier auch schon mal drauf eingegangen einfach nur um die Kante ein bisschen zu verbunden haben wir bei allen gemacht nur dass das hier nicht so hart über die Kante fließt ist ja bei einer Ansaugrück auch nicht so ja genau in dem Video wo wir hier damals den Luftfilterkasten durchgemessen haben da war es ja so dass so eine 90 Grad Kante ist so strömungsmöglich das schlechteste was es gibt das stimmt das habe ich sogar gedreht ja genau und damit es nicht am Ende heißt dass das so krass jetzt da drin verwirbelt und schlechter ist haben wir versucht das immerhin so über so einen leichten Einlauf Trichter das wie in der Schule damals kneten Unterricht ich dachte ich frage das und wäre das in den Kommentaren auf jeden Fall gekommen sehr gut so 05 theoretisch wäre es natürlich das Beste die Ansaugrück auch noch drauf zu schrauben und so weiter aber ja bald schleppe ich den ganzen V6 hier rein so ungefähr du hast ja schon noch vier Regal rein das wir dann durch den Tobolader so ungefähr das Ding durch messen hier ok Blender 1 kann losgehen so das waren jetzt direkte 37 das hatten wir eben beim Sauger 32 also da sind wir ab 1 Millimeter schon deutlich stärker war jetzt auch 1 Millimeter Hub war 1 Millimeter Hub ok das sind schon mal das ist schon mal saftig mehr fast 20% das lohnt sich ok 2 Millimeter ja krass hätte ich gar nicht gedacht du selbstverständlich irgendwo muss die 1200 HP damals hergekommen sein achso das ist jetzt genau so der Kopf ja genau so nicht aber wir haben schon nochmal ein paar Sachen geändert aber die Grundidee ist natürlich die genau damals auch schon große Ventile und so rein so 66 hatten wir vorher Stufe 2 beziehungsweise 2 Millimeter Ventil Loop kann losgehen? ja so da haben wir jetzt 70,0 immer noch ein bisschen über dem Sauger Kopf auf jeden Fall mhm aber von der Differenz her her wobei 4 und 5 das passt schon ja da sind wir auf jeden Fall noch stärker 3 Millimeter ja und Blende 3 so 2,5 so da sind wir bei 104 vorher waren wir bei 101 mhm also sind immer noch ein bisschen rüber so wollen wir jetzt weiter durchmessen? ne ne wir gehen direkt auf 7 Millimeter ok sag an jetzt sind wir bei dem großen Unterschied bei 7 Millimeter das heißt wo so langsam der Kanal endlich mal anfängt ein bisschen offen zu kommen haben wir 216 zu 193 der Sauger Kopf ok und 167 der RS4 Kopf Wahnsinn das heißt da reden wir schon von von guten echten 20% ne ja sorry 10% und das kann sich glaube ich bei sowas schon sehen lassen ne dafür man muss auch immer dazu sagen man konnte ja grundlegend die eigentliche Kanalgeometrie gar nicht bei so einem Kopf verändern nein du kannst es ja nur verbessern verbessern glätten größer machen und so weiter so jetzt habe ich nochmal einen Millimeter zugestellt da sind wir jetzt bei 8 ne nochmal eine Sache was in dem Fall ganz cool ist die Platte ist extra ein bisschen dicker gewählt damit hier unten drin kreisrund quasi der Zylinder mehr oder weniger auch dargestellt wird und wenn man jetzt hier reinguckt sieht man das ok so wird man es nicht sehen man sieht mit dem Licht sowieso nichts gar nichts ich erkläre es einfach die drei Ventile sind natürlich relativ nah an der Zylinderwand also die drei Ventile öffnen sich und stehen relativ eng an dem Zylinder was natürlich fürs Strömen auch schlecht ist aber das haben wir gleich auch direkt passend damit simuliert wir können es ja zum Ende nochmal zeigen dass wir wirklich auch die Bohrung angenommen haben dass das halt alles genau passt das ist genau eine 82 5er Bohrung so wie ich später in dem Motor auffahre ne ja so ok dann eine Achtbelebe ja also gefühlt wird der Kanal bei dem Hub erst so richtig wach 225 zu 200 das heißt wir sind über 10% rüber aber das war dann wirklich mal gucken wie du dann halt die Nockenwelle genau auslegst ja ich befürchte schon wir werden hier den halben Kopf wegfräsen für Freigängigkeitssorg dass der Hub da durchgeht ne also umso mehr Hub umso größer müsste die da sein oder was ne aber wenn du hier seitlich reinguckst hier würde jetzt ja der Nocken lang laufen dieser Nocken drückt ja den Stößel runter um das Ventil aufzumachen je weiter ich das ganze reindrücken will was jetzt die Uhr macht der Nocken muss natürlich hier auch dran vorbei passen und irgendwann kommt der dann hier sieht man das ist ja ja schon freigefräst ne dass der Nocken da so durchlaufen kann das muss man dann irgendwann immer weiter freifräsen dass halt der Nocken einfach genug Platzfreigängigkeit hat ne so hier müssen wir noch so dann wären wir bei 9 ne ja 2,7 207 hatten wir vorher 232 zu 207 wieder um 7 mehr geworden das heißt der hat noch richtig Bock das haben wir schon öfter beobachtet die 7 ne genau und ja jetzt müssen wir 10mm weitermachen und dann ging es ja bei dem originalen Sauger da war irgendwie der Umkehrpunkt dann ne so so 1 zu 1 genauso wieder 7 CFM mehr 239 zu 214 also man sieht auf jeden Fall schon mal dass einfach der Kanal Bock auf Ventilhub hat ne ja brauchen wir aus spaß nochmal Millimeter mehr machen ja wir drehen jetzt komplett so lange bis auf Block ist hier ok bis die Messuhren auseinander fliegen so jetzt sind wir schon bei 11mm Hub als Erinnerung mein letzter Motor hatte ungefähr 9, wobei ne stimmt gar nicht mit den mechanischen Wellen war es da ein bisschen mehr aber so um die 10mm Hub ok das heißt wir sind jetzt auf jeden Fall schon über dem Hub Achtung wie sieht er laut ja das ist ja witzig 2,43 du drehst schon mal mehr hin? ich dreh schon mal mehr ich dreh schon mal mehr beim Sauger auch also wir sind immerhin noch vom Verlauf her was Noppenhub angeht dem Sauger nur das es halt komplett ein Level drüber ist ja ok also du willst wirklich jetzt nochmal 12mm ja gucken wir nochmal da war es jetzt so ich würde mal sagen das waren so 2,45, 46 da ist jetzt wirklich das Finale erreicht ja mehr geht nicht mehr wird dann nicht mehr passieren also 11mm 11mm Hub wird so langsam das Maximum sein ja ok krass wir machen jetzt eine letzte Sache wir schrauben mal nur den Kopf ab und drehen ihn mal einmal zur Seite dass wir uns mal angucken können wie die Ventile da schon so drin stehen so jetzt zeigen wir einmal zum Abschluss nochmal das ist jetzt hier das was ich meinte das ist genau quasi unser Zylinder den wir da simulieren dass das halt seitlich auch genau so strömt und hier sehen wir wie krass das dann wirklich schon offen steht weil an den Stellen denkt man halt wirklich wenn man sich überlegt hier läuft der Zylinder lang da strömt es dann halt schon brutal gegen ja aber man sieht das jetzt auch so was will man das Ventil jetzt noch weiter aufstellen das ist halt einfach am Ende jetzt hier sieht man jetzt auch nochmal schön nach unserer Brennraumbeschichtung wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben muss jetzt final noch einmal wahrscheinlich geplant werden ja habt ihr mit Absicht noch nicht gemacht wegen Zerkratzen und so weiter ja ok das heißt letzter Schritt ist jetzt einfach nur nochmal Köpfe planen zusammenbauen einmal reinigen noch planen zusammenbauen umgekehrt planen reinigen ja wir sind durch für heute wir fassen nochmal unsere Ergebnisse zusammen S4 RS4 Köpf können wir außer gleich am Anfang kaum den Unterschied messen sauberkopf schon deutlich stärker ja gerade oben raus das heißt was den eigentlichen Flow angeht macht es wirklich keinen Sinn S4 oder RS4 Kopf angehen aufzubauen das hat alles immer nochmal später einen anderen Einfluss im Betrieb weil halt dann noch die Verbrennung dazu kommt ja was aber den Flow angeht sauberkopf schon deutlich besser und unserer bzw. euer NG alles was geht Kopf selbst am Ende nochmal gute immer noch über 10% stärker 218 zu 243 CFM das heißt ich würde sagen da haben wir alles rausgeholt was geht ich kann ein bisschen grübeln welche Nockenwellen jetzt in diesen Motor reinkommen wir wissen ja auch was sie können wir haben sie schon ein paar Mal ausprobiert und dann ja es gibt ganz viele die die fragen dann was ist wohl Maximum Leistung was in so einen Kopf reingeht und so weiter halt aber das ist halt ich kann immer am Telefon ruhigen Gewissens sagen das können die Köpfe oder das unterstützen die Köpfe also sag mal 1200, 1300 können sie auf jeden Fall und alles weitere dann später in Betriebssehne ich denke auch ich hoffe das Video hat euch genauso viel Spaß gemacht für uns das war mal wieder höchst wissenschaftlich informativ interessant ja ich wollte immer mal diesen Versuch machen weil man kann es sich einfach nicht vorstellen dass dieser kleine S4 Kopf genauso funktioniert wie ein S4 Kopf ja es ist aber scheinbar einfach durch diese Anordnung der Einlassventile ist es einfach so ja und danke dass ihr euch mal wieder Zeit genommen habt gerne und wir sehen uns im nächsten Video bis nächstes Mal so jetzt kriegt ihr noch eine ganz kurze kleine Ergänzung ja ich muss noch einmal unseren Mitarbeiter noch erwähnen der mich die ganzen letzten Tage hier unterstützt hat die Sachen für die Fließbank fertig zu bauen ist eben leider im Video zu kurz gekommen aber ohne Sinui wäre das natürlich nicht möglich gewesen auch von mir vielen Dank für die ganze Hilfe ja kein Problem so konnten wir jetzt immerhin noch rechtzeitig die Köpfe durchmessen und so weiter ja perfekt aber so ist Teamwork ich freue mich immer wieder wenn sowas so gut funktioniert ja vielen Dank üzro und bis dahin